Man kann all den Tag etwas verpassen, wenn man nicht zum Coop geht. Die Konfitüre Bon Maman ist neu bei Coop. Und wirklich gut. Wie selber gemacht. Es ist gut, wenn man immer genug davon zu Hause hat. Einer der Obst-, Wein- oder Kräuteressig von Coop gehört in jede richtige Salatsauce. Und der Name dieser pikanten Salatverbesserer ist heute die richtige Antwort im Market Quiz. Alle Mittiggemüsekonserven in der 850g Dose sind morgen bei Coop 60g günstiger. Die Erbsen z.B. kosten nur 2,10g. Also lieber nichts verpassen. Morgen zu Coop.